Willkommen zurück zu einem neuen Part bei Guild Wars. Ja, wie du siehst, sieht diese Raya ein bisschen anders aus. Ja, ich habe hier gerade mal ihr Kleidungsset deaktiviert, weil ich habe von ihrer Rüstung mal den Skinner ein bisschen bearbeitet. Fünf, sie sieht voll schick aus. Des Weiteren habe ich, wer es noch nicht weiß, ich bin aktuell jetzt mehr in den Raids unterwegs, wegen der legendären Rüstung. Schmuck habe ich jetzt soweit erstmal voll. Mir fehlt nur noch ein Ring und dann geht es an die Rüstung nebenbei. Und ja, ich habe aus dem Raid eine Geisterinfusion einfach getroppt bekommen. Ich habe gedacht, ich glaube es einfach nicht. Und ja, die gibt einmal fünf Vitalität und einen Neunerqual hinzu. Und das ist dieses blaue Geflaggere. Ich finde, es sieht super cool aus mit diesem Schwarz drinnen. Des Weiteren darf ich vorstellen, ich habe Visionen geschafft. Mal hier so ein bisschen Eigenschmeichelei. Es war hart, aber ich finde es cool. Auf jeden Fall sind wir gerade auf unserem, wie ich es hingeschrieben habe, BVW-Rüstungsset, wo wir eigentlich full Morrow sind und halt mit der Rune auf Präzision. Deshalb sind wir einfach bei 76% Chance auf kritische Treffer. Da war ich selbst voll verdattert, dass wir das geschafft haben, weil das ist halt alles wirklich hier durch die Rune. Ja, was habe ich noch? Ich habe eine überlegene Sigil der Heftigkeit gekauft. Die kommt jetzt aufs Schwertchen, weil das ist ja so unsere Hauptwaffe. Da ist zwar so ein Heftigkeitsding drin, aber das ist wurscht, weil wir kriegen einfach 5% Schaden hinzu. Und das muss ich sagen, macht halt doch was aus. Hier haben wir die überlegene Sigil der Nacht, wo wir zugefügten Schaden, wird um 3% erhöht und bei Nacht um 7%. Ja, da ist das auch drauf. Ich würde sagen, ohne jetzt hier groß viel Zeit zu verlieren, wir schmeißen uns einmal Food ein als Zeitlimit. Und ja, wir sind im letzten Kartengebiet. Ich habe ja gesagt, dass wir jetzt mal hier so den Kartenabschnitt erkunden, dann Geschichte machen. Nächster Kartenschnitt Geschichte, letzter Kartenschnitt Geschichte. So hatte ich mir das vorgestellt. Wir haben hier eine Wegmarke, die haben wir uns schon geholt. Ich würde sagen, wir flitzen uns einfach mal hier runter zum Punkt, holen uns diese Bereiche und schauen uns einfach dieses Gebiet mal an. Ich bin sehr gespannt. Wir düsen wieder ein bisschen mit unserem Schakali rum. Ich lasse ihr diesmal das Kleidungsset aus, weil ich muss sagen, sie sieht voll schick aus. Die Hose finde ich ganz cool, aber ich bin mit der Hose noch nicht ganz zufrieden. Wir müssen da nochmal ein bisschen gucken. Aber jetzt wird hier erstmal ein bisschen gespielt. Ich freue mich sehr, dass du da bist und bin sehr gut gelaunt, muss ich sagen. Auch wenn der Tag heute schon sehr anstrengend war und ich seit, lass mich nicht lügen, seit 6 Uhr auf den Beinen bin. Aber was tut man nicht alles für sein Studium, den Freund zur Arbeit zu bringen, selbst arbeiten zu gehen. Was tut man nicht dafür alles? Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt irgendwie drauf gehen, holen wir uns erstmal die Wegmarke, den Punkt. Gut, wir können mal ganz kurz hier beim Schwarzlöwen, was ja, und du siehst, mein Gold ist auch aufs Minimum runtergeschrumpft. Aber ich habe schon einiges wieder gemacht, also ich glaube so allein, lass mich nicht lügen, ich glaube schon bei 45 Gold, bevor ich die Rates gemacht habe. Also Rates geben auch einiges an Gold. Und ein Gold 42, sehr schön. Dann Wegmarke haben wir. Ich meine hier oben geradeaus war ein Punkt. Genau, wir gehen erstmal jetzt hier so schon Kartenende. Und ja, du hast hier auch viel, wie gesagt, Auferstandene. Du hast hier viel zum Abholzen. Du hast hier so ein Lager sogar von vier Pflanzen, die du dir holen kannst. Da müssen wir nochmal gucken, wer wir reinkommen. Ich bin ganz ehrlich, ich war noch nicht so oft auf diesem Kartengebiet. Also das wird eine kleine Herausforderung. Aber wir müssen hier unbedingt unser alles mal reinpacken. Was willst denn du von mir? Was willst du? Da will man einfach nur ein bisschen in Ruhe hier die Karte erkunden. Und jeder denkt so, oh ja, die will kämpfen. Kämpfen, kämpfen sie ein bisschen. Nee, nämlich nicht, mein Freund. Vor allem Geisterchili sind, glaube ich, noch relativ hoch für den Preis. Ja, ich muss sagen, diese kritischen Treffer, die machen enorm was aus. Wir haben 79%. Das ist, das ist eine Menge. Dann nehmen wir hier diesen schwarzen Krokus noch mit. Holen uns den Punkt und noch die Geisterchili hier. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das jetzt so die ganze Zeit weitergeht. Wie viel Unterkapitel? Ich hab's leider voll vergessen. Wir können aber gleich kurz eine Pause machen und mal bei einem anderen Charakter reingucken, wo ich auf jeden Fall die Geschichte fertig hab. Können wir ja ganz kurz machen, wenn ich hier aus dem Kampf bin. Schauen wir mal. Willkommen in meiner Charakterübersicht. Ich hab einiges an Charakteren zugelegt. Und ungelogen, die meisten stehen eigentlich irgendwo rum zum Abfarmen, um Gold zu verdienen. Klar, ich spiel sie. Ich spiel meine Wächterin sehr oft, meine Ingenieurin, meine Taluli ganz oft, meine Mesmerin, meine neue auch ganz, ganz oft. Aber, ähm, so die anderen, die sind eigentlich so Lagerchars. Das ist für meine Heimatinstanz, meine kleine Azura-Mausi. Und hier kann man mal gerade gucken, wegen der Geschichte. Weil, sie ist die einzige Charakterin. Ich lass mal ganz kurz nur zur Info, nebenbei der Balkon kurz auf, weil die Piddy draußen sitzt. Und die will natürlich wieder rein. Okay, ähm, kurzen Moment. Tellen wir die Geschichte. Genau. Hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Also, diese Charakterin hat 13 Unterkapitel in Level A, also Kapitel 8. Ich bin mal gespannt, ob wir das auch hinkriegen. Wir können ja mal gerade bei Soraya nachzählen, wie viele Unterkapitel sie schon hat. Ich glaub, wir waren bei acht oder neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Genau, Kapitel 9. Also, wir haben nicht mehr viel vor uns. Naja. Wie gesagt, wir erkunden jetzt einfach mal weiter die Karte. Lass mich in Ruhe. Vor allem lass meinen Schakal in Ruhe. Du Mistvieh. Hallo, kommst du klar? Was ich das Schöne natürlich finde ist, es ist ein Gebiet ohne Härtchen. Jetzt bin ich aber irgendwie wieder falsch gelaufen. Ich hätte eigentlich hier hochgekommen müssen. Egal. Wir machen einen Schlenker hier nach rechts und laufen dann einfach einmal außen rum. Beziehungsweise, wir können mal gucken, ob wir hier irgendwie einen Weg finden, wo wir langen können. Hello? Gibt's hier einen Weg, bitte? Nö? Dann lass mich bitte in Ruhe hier raus. Hallo? Schnell, schnell. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Ist es nicht eine krasse Welt, oder? Da ist Schmidrilli. Tschang. Ähm, ja, Heldenpose. Heldenpose. Ich muss sagen, vielleicht machen wir ein, zwei Folgen auch so in ihrem normalen Kleidungsgedöns. Da sehe ich schon den ersten Heldenpunkt. Schaut, schaut, schaut. Hier ist irgendwo der erste Heldenpunkt. Okay, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen freikämpfen, oder? Ähm, ja, auf jeden Fall. Hier sind nämlich lauter Dings-Elementare. Müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Hallo und tschüss. Entschuldigung. Da meint es einer wieder hier. Er müsste ein bisschen der Halligalli machen. Hey, du frisst dich bis auf die Knochen. Tschag-Bum-Bang. Oh, ich gebe gleich um die. Oh mein Gott. Das war knapp. Das war knapp. So. Halte mal Zwiespalt. Und ja, dann sind wir hier schon. Ich glaube, hier oben ist auf jeden Fall Kartenengel. Wir gehen einfach hier nach links weiter Richtung Wasser. Ähm. Ja. Schaut gut aus. Schaut gut aus, würde ich sagen. Da kann man auf jeden Fall ein Event starten. Da ist der nächste Heldenpunkt, soweit ich das sehe. Und hier ist eine Sehenswürdigkeit. Eine Sehenswürdigkeit und eine Wegmarke. Hey. Lass mich in Ruhe, du komisches Vieh. Hüliak, alles klar. Hüliak, ich will nichts von dir. Geh weg. Hey. Lass mich doch in Ruhe. Geh weg. Na du, komm her. Komm zu mir. Komm zu mir. Guck dir nur schon, wie hässlich er ist. Bäh. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Du musst mir nicht folgen. Du bist ein kleiner Spanner oder was hier. Geh weg. Okay. Ähm. Ich glaube, rechts ist auf jeden Fall nichts. Ich glaube, wir haben hier Kartenende. Okay, wir gehen mal kurz auf den Schwebe-Rochy. Das werden wir schon ein bisschen schneller. Irgendwo hier. Müsse eine Helle-Pünktchen sein. Schüppse runter. Nee, das war die falsche Etage. Ach, hier ist der Helle-Pünktchen. Hallo, Heldenpunkt. Zack. Ich habe angehört, als wäre da ein Wal angeschwungen. Oh. Eine Seeschildkröte. Sogar die armen Schillis hat der gemacht. Der böse Viecher. Okay. Nee, nix tot. Ich bin noch lebendig. Bei mir fließt Blut durch die Arten. Ähm. Geh weg. Ähm, wir haben hier irgendwo einen Weg, Marco. Und eine Sehenswürdigkeit. Wo sind sie? Wo sind sie? Okay. Irgendwo jetzt ein Stück nach links. Wie gesagt, ich war hier auf dieser Karte noch nicht wirklich viel. Also, verzeiht mir, wenn ich mehrmals im Kreis laufe und es selbst irgendwie nicht bemerke. Hallo? Wo ist denn? Was ist denn das? So, ja. Lass mich mal da gucken. Wow. Was ist das für ein Ding? Das sieht ja krass aus. So. Hallo? Ich will da gerne durch. Danke. Hier haben wir den Punkt. Und irgendwo hier muss die andere Sehenswürdigkeit sein. Und die Weg, Marco. Mein Batchelus ist jetzt wieder auf dem Tisch in die Sonne. Und gleich hängt sie wieder am Vorhang. Ich will rein. Dabei ist die Tür offen. Ja, ja. Okay. Ähm. Wir müssen hier rüber. Da ist ein Lager von uns. Ih, die sind voll. Hey. Wo macht denn hier alles kaputt? Ich glaube, ihr schwindet. Okay. Kurze Verschnaufspause zum Schauen. Ähm. Ich würde sagen, wir gucken. Gehen wir nach hier unten. Da ist nämlich auch ein Panoramchen. Und wir können uns da mal die Karte aus einer anderen Perspektive angucken. Ich muss sagen, ich habe es da schon 5000 Mal gesagt. Ich schaue gerne die Panoramen. Weil die einfach einem nochmal einen ganz anderen Blick von der Karte geben. Hier ist eine Dung. Ein Einsammel-Event. Hi, du. Versteckst du dich, dass dich keiner angreift? Du hast einen guten Platz gewählt. Ähm. Mein Gott, man. Die Viecher. Komische Geräusche. Ich höre mir nur... Oh, mein Gott. In meinem Ohr. So. Wo ist denn das Panoramy? Da oben ist das Panorama. Wie kommen wir denn da hin? Kann mir das eine verwerten? Ah, bestimmt hier durch. Na, komm, 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 komm. Darf ich jetzt hier hochhüpfen? Bei meinem Sprungtalent funktioniert das bestimmt wieder nicht. Wie gesagt, die Pilze und ich, wir sind keine Freunde. Wir sind keine Freunde. Hallo, wer bist denn du? Ah, guck mal, da ist das Panoramchen. Wir haben es gefunden. Ich lache mich jetzt tot, wenn wir irgendwo an der Seite runterfallen. Aber nein, wir haben es geschafft. Sieht das nicht cool aus? Das ist, wie nennt es, ist das so ein Koralle oder wie nennt man das Teil? Ich habe da leider nicht so viel Ahnung von Meeresbiologie. Aber es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir das letzte Kartengebiet einfach erkunden. Glaubt es einer. Glaubt es einer. Wenn man jetzt knapp, wenn man so guckt, die Zeit im Februar letzten Jahres hat es gestartet. Ein Jahr, fünf Monate sind wir jetzt bei. Gut, knapp fünf Monate. Der Monat hat ja bei mir persönlich jetzt erst angefangen. Wir haben heute die 12.7. Okay. Lass mich schon mal hier überlegen, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ich vermute immer, wir müssten übers Wasser wahrscheinlich. Aber hier sehen wir auf jeden Fall nichts. Sollen wir mal hier so einfach rüber. Je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, können wir eigentlich auch noch ein bisschen persönliche Geschichte machen. Wir haben noch 19 Minuten. Die Karte ist einfach ruckzuck erkundet. Und jetzt gehen wir einfach noch ein bisschen in die Persönliche Geschichte rein. So, wir haben hier eine Sehenswürdig-Guide. Kurve kratzen, driften. Oh mein Gott, was ist denn das hier? Da liegt ein fettes Spinnen-Ein. Weg hier, raus, raus, raus. Ah, da kommen sie schon. Hilfe. Spieß. Hallo? Ist da wer? Hilfe. Hilfe. Wer bist du? Hallo? Ist da wer? Hilfe. Alles klar. So ruft man irgendjemanden. Wollen wir Hilfe brauchen? Mach ich nächstens auch. Ähm. Oh mein Gott, das sind diese hässlichen Riesen. Die geht, die geht, die geht. Okay. Will man einfach einen großen Bogen sagen Hallo und auf Wiedersehen. So, ich sehe schon den nächsten Heldenpunkt und eine Sehenswürdigkeit. Irgendwo hier von uns rechts. Wir müssen irgendwie da reinkommen. Aber ich habe noch keinen Eingang gesehen. Zack. Da ist ein Eingang. Kommando zurück. Und da durch. Lagerfeuer steht hier einfach rum. Okay. Ach, das ist ein Labyrinth. Aber wie kriegt das hin? Ich habe ja die Karte hier rechts. Jetzt, ähm, mal gucken, ob wir hier richtig laufen. Ne, sind wir schon mal falsch. Zumindest haben wir den Punkt schon mal gekriegt. Das ist schon mal sehr gut. Ähm. Ja, das sieht schon mal gut aus per Karte. So klein ich das sehen kann. Jetzt müssen wir irgendwie weiter nach links. Einer macht sogar den Heldenpunkt. Warte auf mich. Nein, hier ist eine Sackgasse. Nein. Nein. Oh nein. Jetzt macht einer den Heldenpunkt und ich habe mich verirrt. Uah. Nein. Verdammter Mist. Hast dich auch verlaufen, mein Freund. Irgendwo hier ist der Heldenpunkt. Will ich hier rein? Ah. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Jetzt wird Rambazamba gemacht. Rambazamba gemacht. Rambazamba gemacht. Tadadadadadadadadam. Hey. Ich brauche mich zu stunnen, du Monk. Hey. Hörst du jetzt auf? Oh, ich halte mein Großschwert. Gucken, wie dir das gefällt. Ich glaub nicht so gut. Oh, mein Leben hat er enorm ab. Oh, nee, nee, nee. Aber wir haben ihn fast. Wir haben ihn. Was ist Klick? Was ist Klick? Was ist Klick? Okay, wir brauchen noch ganz kurz. Ich lebe. Soll ich dir helfen? Willst du nochmal mitmachen? Dann helfen wir ihm beim Heldepunkt. Dann los, starte. Los, wenn wir jetzt schon zu dritt sind, kann man ihn auch machen jetzt. Na los, Leute. Kann man ja auch machen, wenn wir jetzt hier schon zu dritt rumstehen. Ist doch dann viel besser. Als wenn wir alle einzeln den machen müssen. Das wäre doch blöd. Sehr gut. Event war erfolgreich. Tschüss, Leute. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Tschüss, Lidü. Tschüss, Lidü. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwie wieder rauskommen. Hey, wo kamen wir denn her, bitte? Hallo? Wo kamen wir her? Hallo? Wo kamen wir her? Hallo? Gib mir ein... Ah, eine Riese! Ist sehr hässlich, der Fuzzi, ey. Glaube ich hier richtig? Ich habe gerade keine Ahnung, ob ich richtig laufe. Ähm. Irgendwie sieht es aber gut aus, glaube ich. Jetzt rechts und jetzt links, jetzt müsste ich... Oh, yes! Nö, aber wir sind trotzdem irgendwie eine Sackgasse. Okay, irgendwie habe ich mich verlaufen. So konstitent verlaufen. Entschuldigung, dass ihr jetzt wegen mir doppelt und dreifach durchslabieren müsst. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts von dir. Du bist absolut nicht mein Typ. Geh bitte weg. Ähm. Wir müssten irgendwie... Da ist der Heldenpunkt. Oh Mann, ich habe mich voll verlaufen. Scheiße. Mann. Wie dumm kann man eigentlich sein? Jetzt haben wir es, glaube ich. Oder? Okay, ich brauche mal eine ganz kurze... Oh, bitte. Ich habe gesagt, dass ich jetzt doch richtig gelaufen bin. Bin ich richtig gelaufen? Wir haben es geschafft. Was ein Glück. Was ein Glück. Wir haben es geschafft. Lauf, 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 los. Hm, jetzt erst mal ein bisschen kämpfen. Okay. Können wir machen. So, jetzt aber hier weg. Weg hier, bitte. Schnell. Ähm. Badabum, bang. Wir holen uns mal wieder so ein Dings. Da drüben ist eine Sehenswürdigkeit und eine Whack-Monkey. Wie kommen wir nicht durch? Ich glaube, wir müssen links lang. Zack, zack. Bisschen swimmen, 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 swimmen. Okay. Das sieht doch schon mal sehr gut aus hier. Wir haben hier rechts die Wegmarke. Und da drüben wieder voll die Oschis durch die Gegend. Nein, nein, nein. Wir bringen da alle um. Was soll denn der Mist? Irgendwo hier ist eine Sehenswürdigkeit. Hab ich vergessen irgendwie. Ah, okay. Haben wir. Kann ich hier kurz stehen bleiben, ohne dass mich jeder angreift? Ähm. Da haben wir noch was vergessen. Da haben wir noch was vergessen. Okay, wir müssen kurz reporten. Wir haben nämlich ein Panorama und eine Sehenswürdigkeit vergessen. Und wenn wir jetzt noch so viel Zeit haben, 13 Minuten, machen wir eben noch ein bisschen Geschichte. Wir werden jetzt splittisch die Folge und wir machen einfach das nächste Mal wieder. Wo ist denn das Panorama? Hallo, Panorama, bist du? Das gibt mir ein Zeichen. Wo bist du? Ich guck mir mal kurz dein Pöschchen an, gell. Wo ist denn das Panorama? Irgendwo oben. Ich vermute, irgendwo mal hier oben drauf. Wie komme ich denn hier hoch? Ein Heldenpunkt ist hier unten. Da ist der Heldenpunkt. Den hab ich jetzt schon gefunden. Yo. Ich will kämpfen. Dir ein bisschen auf die Gop hauen. Ein bisschen auf den Kopp hauen, gell. Dir müssen wir mal Nieren beibringen, dass man so mit einer Dame nicht redet. So mal ein bisschen Spaß am Rande. Ne? Yes. Wow, wir haben schon 28%. Okay, wir holen uns jetzt irgendwie noch dieses Panorama. Wir düsen nochmal raus. Ah, guck mal, hier ist so ein Sprungding. Vielleicht bringt es uns ja in die richtige Richtung. Nein, falsche Richtung. Falsche Richtung. Guckt mal, ich hab's gefunden. Da oben ist es und hier kann man hochklettern. Das ist ja cool. Oh mein Gott, das wird wieder was werden. Wir testen das einfach Stück für Stück. Machen wir das jetzt so. Ganz Stück. Guck, jetzt geht's schon los. Ich häng hier einfach fest. Ich sag ja, die Pilze und ich, wir sind absolut keine Freunde. Egal mit wem. Ob das jetzt ein Noan ist. Darf ich hier drauf? Hä? Wie soll man hier denn weiter, bitte? Hallo? Ach, falsche Richtung. Dann nehmen wir doch die Richtung. Na? Und vor allem, ich finde, man rutscht von denen immer so schnell runter von den Pilzen. Oder ist es immer nur bei mir irgendwie, weil ich das nicht so gut kann mit der... Mit meinem... Go, denn... Hallo. Los. Also ich rutsche so oft einfach runter und denke mir dann so... Aber ja, bisher schaut es doch schon mal gut aus. Kein Vorführeffekt. Na komm, hoch. So, wo ist das Pain-Ramsche? Dürfen wir hier hochlaufen irgendwo? Ach, hier geht's nur weiter. Okay. Nennen wir den Weg. Dann nehmen wir den Weg doch einfach, oder? Na komm. Echt, du willst jetzt echt außer rum, damit du hochkommst? Gut. Okay. Zack. Zack. Äh, na komm. Gehst du da hoch, bitte? Dankeschön. Wir schlumpfen da einmal vorbei. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, wir haben es geschafft. Endlich nach gefühlten 100 Jahren. Nächstes Panoräumchen. Ui, guck mal, da geht's ja noch weiter hoch. Wow, das ist ja cool. Das sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Kann man bestimmt irgendwie auch ganz hoch. Gut, mit der Himmelsschuppe eh, aber zu Fuß kommst du da bestimmt auch irgendwie hoch. Das sieht cool aus. So, dann würde ich sagen, gleiten wir mal nach unten zu unserer Story-Instanz. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter, soweit wir kommen. Was? Ein idiotischer Befehl. Ich habe die Hälfte nicht mitbekommen, weil ich die Betty gerade reingelassen habe. Und schaut mal. Ich möchte, wunderbar, flicken sie mich. Ui, zwölf Stunden. So. Begebt euch auf den Ansturm der, bereitet euch auf den Ansturm der, der Oriana vor. Ich trage Dwaynas heilendes Licht dorthin, wo es gebraucht wird. Ich freue mich euch zu sehen. Zwischen euch und Deborah fühle ich mich wie zu Hause im Götterfels. Das ist doch schön. Wo müssen wir denn jetzt hin, Leute? Hä? Hä? Ich check's nicht. Hab ich irgendwas verpasst? Ah. Sprecht mit Lichtbringer Ivis. Hi, Ivis. Du hast einen coolen Namen, wenn ich das mal so sagen darf. Also, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wo der Hammer hängt? Wo der Hammer hängt? Wir warten darauf, dass Maltriebs-Trupp mit den Panzern eintrifft. Alles klar. Südlich von hier befindet sich ein schwer verteidigter Posten der Auferstandenen. Wenn wir ihn einnehmen, kontrolliert er packt das ganze Gebiet. Das Ganze? Lichtbringer Ivis. Späher melden eine Horde Auferstandener, die auf Kastell Schattenlieb zu marschiert. Mhm. Von welcher Seite, Soldat? Von der Küste oder von den Bergen? Von beiden Seiten. Ich denke, sie wollen uns erledigen, bevor die Panzer ankommen. Ivis bleibt hier und kümmert euch um die Verteidigung. Byrne, ihr kommt mit mir. Okay. Drängt die Untoten zurück! Okay. Was ich so schön finde, bei dem Outfit so, ihre ganzen Tattoos, die sie hat, kommen endlich mal zur Gelderung. Also, ihr, ehrlich gesagt, ihre ganzen Banner da. Weißt ihr, was ich meine? Ihre Clans-Tattoos, oder wie die Dinge da heißen. Muss ich mal hier bisschen brennen, versetzen. Wee, 16.000 Schaden! Yes! Yes, yes, yes! Aber halt nur, weil wir so viele Flöschenschaden machen. Das ist ja nicht an einem Ziel. Aber hey, 16.000 Schaden, das müssen wir ja erstmal hinkriegen. Ey, wo willst du hin? Bleib hier! Okay, wir müssen auf jeden Fall dieses Gebiet jetzt hier verteidigen. Verteidigt Kastell Schattenlieb. Okay, wir gucken mal unsere Großschwelle aus. Tada! Metzell! Mui! Uff! Mui! Ein paar hier Meteor-Dingsbumsi. Hey, dreht mich nicht, du Tode! Du stinkst ganz schön. Dann bleib ich noch mal. So! Brrf, kaputt. Cha-boom-bang! Klappt doch gut, oder? Klappt doch echt. Und wieder ein paar Meteor-Dingsbumsi. Hallo? Wo ist meine 5? Da. Ah, wir haben gar keine 5 mehr. Cha-boom-bang! Das ist dein Weg, Soraya. Ich weiß. Ich weiß. Ein bisschen Metzeli, ein bisschen Metzeli, ein bisschen Metzeli. Das läuft doch echt gut. Oder muss ich auch nur sagen, das läuft echt gut. Da kommen wir eh mal dazu. Zustände abweisen, Bräne verteilen. Ich bin mal schon mega gespannt, wie es wird, wenn wir mal auf Zustandschaden gehen. Ich habe da schon Rüstung für sie. Der exotische. Aber ich bin ganz ehrlich, ich werde da auch warten mit den ganzen Pistumens umändern. Bilds machen. Wir haben das die zwei Varianten jetzt. Und mit denen fahre ich ganz gut, meiner Meinung nach. Und sobald ich die legendären Sachen habe, können wir uns da mal ein bisschen mehr beschäftigen. Dann machen wir auch ein Kondi-Rüstungsset mit Bild dazu. Also wir experimentieren uns dann ein bisschen rum. Feuer! 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 Du musst ein bisschen mehr Feuer verteilen. Ne? Mein Gott, wie lange müssen wir das denn verteidigen? Das ist ja der Wahnsinn, ey. Aber ich muss sagen, unser Leben hält bisher hoch. Ich habe das wieder umgestellt auf das andere. Mal gucken, wie gut das für mich ist. Also ich muss immer sagen, ich komme mit diesen Heilungsdingen nicht so gut klar, mit diesen Sigillen irgendwie. Ich habe immer den Eindruck, das heilt mich zu wenig. Aber bisher muss ich sagen, halten wir echt gut durch. Flächenschade. Sollen wir dann mal gleich ein bisschen auf Erde gehen? Ja komm, wir testen uns mal ein bisschen auf Erde. Wir testen uns jetzt einfach mal so ein bisschen durch die ganzen Elemente. Ba-Boom! Meine Güte, ist das jetzt mal langsam fertig. Wie lange müssen wir das noch verteidigen, bitte? Ey, wir sind bestimmt schon locker drei Minuten, wenn nicht sogar länger her dran. Ba-Boom! Bisschen Flammen hier verteilen, unser Element-Dingsbums herholen. Bum! Bum! Ich gebe wieder ein bisschen Erde. Wie schön ist. So, meiner Meinung nach wäre es aber jetzt genug verteidigt, wenn ich das mal so sagen darf, oder? Wir müssten es doch jetzt mal so langsam haben, oder, Leute? Ich will auch verstanden, wir wollen dann noch kommen. Das ist ja der Wahnsinn. Wir holen über unser Großschwert. Oh, das war nicht so gute Idee hier. Da, ein paar Meteor-Schauer. Wie! Okay, wir müssen ja unbedingt da vorne hin. Uff, durchgefützelt. Brenn, meine Freund, brenn! Ja, bumm! Wie! Hier sind noch ein paar Böse, die müssen wir kaputt machen. Hm. Da muss ich irgendwas bestimmt mal... Nee, verteidigt Castell Schatten blieb. Ah, guck mal, hier ist so ein Futsi. So ein Veteran. Ich hab... Ich hab immer leider... Ich sag's jedes Mal. Ich muss gucken nach Trotz. Ich weiß, dass eins von denen Trotz ist. Das weiß ich. Aber der Rest, das weiß ich nicht an Trotz, was da nun so ist. Oh, wir haben's geschafft. Na, endlich! Das wurde aber auch Zeit. Im Moment läuft es gut, aber die Auferstandenen geben nicht auf. Ich weiß nicht, wie lange wir das Castell noch verteidigen können. Nur nicht den Mut verlieren, Alves. Unsere Panzer werden sie vernichten. Hört euch das an. Jetzt dobe ich schon die Char. Ist doch gut. Wir müssen zusammenarbeiten, an einem Strick ziehen. Ja, das hier ist keine Einzelleistung. Wir müssen die Panzer zur auferstandenen Front bringen. Wenn wir diese Position halten, kann der Pakt geradewegs nach Ara und zu Seitan. Okay. Kommandeur, die blassen Räuber melden sich freiwillig zum Auskundschaften der Route. Wir sind müde, aber wir sind gemeinsam mit euch in diesen Kampf gezogen und werden ihn gemeinsam durchstehen. Das ist sehr nett. Char-Panzer, Menschen-Eskorte und ein Silvari-Sperr-Team. Was will man noch mehr? Wir warten auf euren Befehl. Mhm. Okay. Eine Minute. Oh mein Gott. Wir haben aber bestimmt hier noch ein bisschen was vor. Okay. Wir machen das so. Ich splitte die Folge jetzt an der Seite. Wir winken zum Abschied. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du in der nächsten Folge wieder mit einschaltest. Wenn wir dann hier weitermachen. Wir müssen hier. Trefft euch mit Maltriebs-Truppe. Ja. Persönliche Geschichte. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen persönliche Geschichte machen, dass wir vielleicht so unter Kapitel 10, unter Kapitel 11 vielleicht kommen. Dann erkunden wir das letzte Kartengebiet zu Ende und dann machen wir die Geschichte fertig. Und dann haben wir Grundkarte, persönliche Story fertig. Und dann kann es losgehen mit weiteren spannenden Abenteuern. Ich hoffe, du freust dich genauso sehr wie ich. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag. Die Soraya steht voll in dem Baum da. Ich bin sehr gespannt, wie die Soraya dir so gefallen hat. Ich muss mal gucken, was ich mit der Hose noch mal an. Der passt mit dem Oberteil jetzt so ganz zusammen. Aber ich will dir nicht den Rock dazu geben, weil den hat meine Talula, meine Mesmerin schon. Den haben fast eigentlich alle meine Mädels an. Aber okay, gut. Genug geschnattert für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020